Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe letztens ein Video hochgeladen für vier schnelle Frühstücksideen. Und ich verlinke es euch unten in der Infobox. Wer das nicht gesehen hat, kann ja mal vorbeischauen. Auf jeden Fall wurde darunter kommentiert, ob ich das nicht auch mal mit Frühstücksgetränken machen kann. Das habe ich heute für euch. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Ich persönlich mache mir jeden Tag irgendetwas davon oder auch etwas anderes. Es geht super schnell, es ist super lecker und es hält auch wirklich, meiner Meinung nach, wirklich, wirklich satt. Ich verwende Chiasamen. Also ich habe noch eine Frage. Und zwar, bevor wir jetzt loslegen, schreibt mir mal unten in die Kommentare oder gebt dem Video einen Daumen hoch. Wenn ich mal ein Video über Chiasamen machen soll, für was die gut sind und die Inhaltsstoffe, beziehungsweise wie gesund sie sind, besser gesagt, und auch Rezepte, würde ich dann auch für euch abdrehen, falls Interesse besteht. Und dann höre ich jetzt auf, lang drum herum zu reden und wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Hierfür brauchen wir ein bis zwei Bananen. Die sind jetzt mit Absicht so punktig, denn je punktiger oder bräuner eine Banane ist, desto süßer schmeckt sie einfach. Und da ich keinen Zucker verwenden möchte, nehme ich einfach punktige Bananen. Da nehme ich genau fünf Mandeln, einen Esslöffel Chiasamen und Milch. In meinem Fall laktosefreie Milch, da ich laktoseintolerant bin, aber da könnt ihr jede Milch nehmen, die ihr wollt. Also ich habe jetzt hier meine Bananen geschält und die schneide ich dann jetzt in Scheibchen. Wenn ihr eine Banane nehmt, ist es okay. Wenn ihr zwei Bananen nehmt, dann ist es natürlich noch mehr Sättchen. Aber prinzipiell reicht eine, da die Chiasamen auf jeden Fall sättigen. Das mache ich dann alles hier schon mal in den Mixer rein, der da hinten reinsteht. Dann nehme ich die Mandeln und mache die dann so klein mit dem Messer. Also die müssen jetzt nicht mega fein sein, aber sollten jetzt auch keine Brocken sein. Also ich zeige euch das jetzt gleich mal von Namen, wie das bei mir aussieht. So sieht das dann bei mir aus und so gebe ich das dann auch in den Mixer rein. Dann, wie erwähnt, einen Esserfell Chiasamen. Und zum Schluss gebe ich dann noch so um die 500ml Milch dazu. Und dann wird das gemixt. Je länger ihr das Ganze mixen tut, desto cremiger wird es. Und dann füllt ihr das einfach um und dann würde ich sagen, bon appétit. Für meinen leckeren grünen Smoothie brauchen wir eine Gurke, Ingwer, Ananas, vorzugsweise Spinat, aber Felssalat geht genauso gut, schmeckt genauso geschmacksneutral. Und eigentlich eine Limette, aber ich habe keine Limette bekommen und da geht dann halt auch eine Zitrone. Ich fange jetzt an, die Ananas, also so eine halbe Ananas, die man bei Lidl kaufen kann, zu halbieren. Und dann solche kleinen Stückchen hier zu schneiden, denn je kleiner die Stückchen sind, desto besser wird es einfach gemixt. Je größer die Stückchen sind, desto mehr Stau ist im Mixer vorprogrammiert und dann wird es schwierig. Deswegen klein schneiden. Dann nehme ich so ungefähr ein Drittel Gurke und ebenfalls schneide ich das dann klein in Scheibchen und die viertel ich dann nochmal. Gurke gibt unheimlich viel Flüssigkeit im Smoothie ab. Als nächstes nehme ich ein Stück Ingwer und das schäle ich dann und auch das hacke ich sehr klein und gebe es in den Mixer dazu. Ingwer gibt dem Ganzen so eine bestimmte Note, so eine natürliche Schärfe. Dann nehme ich die Zitrone und die presse ich einfach nur aus. Also ich drücke sie so fest aus, wie ich kann und gebe den puren Zitronensaft in den Mixer hinein. Dann nehme ich mir eine gute, gute Handvoll Feldsalat und gebe das eben hinein. Normalerweise eben, wie gesagt, schon Spinat, aber ist egal. Dann noch ein bisschen Wasser, um das Ganze besser mixen zu können und dann, ja, let's mix it. Ich nehme dann hier so ein I'mi-Good-Glas. Ähm, das ist ja das, wo es immer den Joghurt und so drin gibt. Die sind richtig schön von der Größe her, da gebe ich das rein. Und je länger ihr püriert, desto besser ist es, wie ihr hier sehen könnt. Da war ein Stückchen drin, also lieber länger. Der nächste Smoothie ist eigentlich ein grüner Smoothie, der ist aber nicht mehr grün, wegen den Blaubeeren. Wir brauchen Bananen, Kiwi, Zitrone, Heidelbeeren, Gurke, Spinat und Trauben. Ich beginne jetzt einfach damit, das alles zu zerkleinern und schneide auch hier wieder die Banane in Stückchen. Gebe eine Handvoll Heidelbeeren dazu. Das gibt dann auch später die Farbe, weshalb der Green Smoothie nicht mehr green ist. Dann wieder so ungefähr ein Drittel Gurke. Wir gehen genauso vor, wie eben bei dem Smoothie. Wir machen Scheibchen und die vierteln wir dann. Und das geben wir dann alles zusammen in den Mixer hinein. Ebenfalls drücken wir eine Zitrone aus. Aber hier in dem Fall eine ganze. Dann nehme ich mir die Kiwi und mache da die Haut ab. Ich habe mal gelesen, die kann man auch mitessen, aber ich finde das irgendwie eklig mit diesem pelzischen Drumherum. Die wird klein geschnitten, wie alles andere, in den Mixer hinein gegeben. Und dann noch eine gute Handvoll Trauben dazu. Blaue Trauben gehen auch. Die schmecken mir noch besser. Also ich habe jetzt aber nur grüne. Also das hat nichts mit der Farbe oder so zu tun. Dann noch eine richtig gute Handvoll Spinat. Und wenn ihr wollt, ein Esslöffel Chia-Samen. Ich liebe Chia-Samen. Ich mache die überall an alles dran. Dann natürlich noch ein bisschen Wasser, dass das Ganze halt gut gemixt wird. Ungefähr so zwei Kappen. Beim Mixer ist das normal dabei. So ein Abniss-Ding. Und dann wird auch das wieder im Mixer gemixt. Und zwar so lange, bis keine Stückchen mehr vorhanden sind. Wieder länger. Das ist besser. Und ja, dann füllt ihr das in ein Glas. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Genießen. Das ist richtig, richtig lecker. Wenn es kalt ist, schmeckt es natürlich noch viel besser. Das könnt ihr dann noch so mit Traube garnieren. Und das sieht sehr schön aus. Das nächste Getränk ist ein Frühstückssaft. Und das ist total innovativ. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ihr könnt alles verarbeiten, was ihr habt. Das wichtigste ist, dass ihr einen Entsafter habt. Prinzipiell ist es jetzt echt Wurst, was ihr hier rein macht. Ich habe Wassermelone. Das ist vielleicht ein kleiner Tipp. Die gibt super viel Flüssigkeit ab. Oder eine Gurke. Die gibt auch richtig viel Flüssigkeit ab. Und ansonsten schnüpple ich da jetzt einfach rein, was ich zu Hause habe. Und das schmeckt richtig, richtig gut. Mein Shake besteht jetzt aus Gurke, Birne, Ingwer, Himbeeren, Wassermelone und die ein oder andere Aprikose. Und das haue ich jetzt einfach hier rein und schaue, dass es so zwischen 400 und 500 Milliliter gibt. Denn das passt genau in diese tollen Gläser und in die zwei Real. Bis zum nächsten Mal. Das Ganze ist jetzt noch so ein bisschen geschichtet. Das ist aber nicht schlimm. Das können wir einfach um. Dann füllen wir es um. Und dann können wir noch zwei Teelöffel Chiasamen hineingeben, wenn wir es gleich verzehren. Denn die gehen ja am Magen und in der Flüssigkeit nochmal auf. Und deswegen ist das auch ein sättigender Frühstückstrink, der richtig viel Energie und richtig viel Vitamine bringt. Und das trinke ich im Moment richtig, richtig gerne. Der ist morgen für auf die Arbeit. Deswegen kommen da jetzt noch kleine Samen rein. So meine Lieben, das waren meine vier Frühstückstrink-Ideen. Am allerliebsten mag ich die Bananenmilch und das Entsaften finde ich super, 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 wirklich. Weil ich mache mir jeden Tag irgendetwas, was ich gerade zu Hause habe. Und das kann man auch wunderbar über Nacht stehen lassen. Ich bereite mir das abends schon vornehmens, dann morgens mit auf die Arbeit oder mittags. Ich mache mir die Chiasamen rein. Es hält satt. Es schmeckt so gut. Und es ist jeden Tag einfach wieder eine Überraschung, wie es wieder schmeckt, weil wieder was anderes drin ist. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Dann verlinke ich euch jetzt hier nochmal meine beiden letzten Videos. Und wenn ihr wollt, könnt ihr da ja mal vorbeiklicken und in der Mitte mich abonnieren. Dann verpasst ihr auch kein weiteres Video. Würde mich persönlich sehr freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich wieder beim nächsten Mal. Ciao!